Die Kultur der strikten Geheimhaltung geht dem Ende zu. Der freie Zugang zu Informationen durch Transparenz in der öffentlichen Verwaltung ist zu einer Notwendigkeit geworden. Die Transparenz fördert die demokratische Meinungs- und Willensbildung in der Gesellschaft. Sie schafft eine interaktive Kommunikation zwischen Bürger, Verwaltung und der Politik. Sie hilft bei der Verhinderung des Machtmissbrauchs und der Korruption. Die offene, transparente Verwaltung gehört zu einem modernen demokratischen Staat. Viele Staaten haben bereits die politische Transparenz in ihrer eigenen Verfassung verankert. In Deutschland ist im Jahr 2012 die Hamburgische Transparenz beschlossen und im gleichen Jahr das Transparenzgesetz in Hamburg in Kraft getreten. Auch Rheinland-Pfalz plant die Einführung eines Transparenzgesetzes. Das Transparenzgesetz Rheinland-Pfalz war auch das Thema des Symposiums, das anlässlich des 15-jährigen Jubiläums des Instituts für Rechtspolitik an der Universität Trier veranstaltet wurde. Das Institut für Rechtspolitik an der Universität Trier beschäftigt sich mit vielen gesellschaftlich relevanten Themen, zu denen es viele wichtige Impulse geliefert hat. Redner, Referenten und Teilnehmer an der Podiumsdiskussion haben sich mit dem Thema der Einführung des Transparenzgesetzes auseinandergesetzt. Das Gesetz wirft auch einige Fragen auf, wie zum Beispiel Welche Auswirkungen wird das Gesetz haben? Welche Daten wird das Kriterium zur Veröffentlichung erfüllen? Gibt es Bedenken und Kritikpunkte? Welche Erfahrungswerte sind in Hamburg erzielt worden? Welche Meinung hat der Datenschutzbeauftragte? Handelt es sich hier um eine totale Transparenz? Wie sieht die Kosten-Nutzen-Analyse aus? Als Herr Robbers und ich im vergangenen Jahr überlegt haben, ob wir das 15-jährige Bestehen des Instituts mit einer besonderen Veranstaltung begehen wollen, lag es natürlich nahe, wie bereits zum 10-jährigen Bestehen eine besondere Tagung zu organisieren, die sich einem rechtspolitischen Thema widmet, das einen besonderen Bezug zum Land Rheinland-Pfalz aufweist. Dabei kam relativ schnell der Gedanke, sich dem schon damals in Vorbereitung befindlichen Projekt eines Transparenzgesetzes zu widmen. Dass wir mit der Tagung zeitlich mitten in die aktuelle Diskussion des Gesetzentwurfes stoßen würden, war damals freilich noch nicht abzusehen. Umso mehr freue ich mich, dass die Chance besteht, mit den Ergebnissen der heutigen Diskussion noch den einen oder anderen Anstoß für die parlamentarischen Beratungen geben zu können. Die Voraussetzungen für eine anregende Diskussion sind jedenfalls mit Blick auf die Redner, Referenten und die Teilnehmer der Podiumsdiskussion gegeben. Frau Ministerpräsidentin Dreyer wird es sich, so vermute ich, wenigstens sicher nicht nehmen lassen, in ihrem Grußwort auch noch einige Gedanken zu dem Vorhaben zu formulieren, das ihr, wie allgemein bekannt ist, auch persönlich am Herzen liegt. Herr Wagner ist als Landesbeauftragter nicht nur für den Datenschutz, sondern auch für die Informationsfreiheit des Landes Rheinland-Pfalz, nicht nur von Berufswegen, sondern auch aus Überzeugung ein Förderer des Zugangs der Bürger zu Informationen der öffentlichen Verwaltung. Frau Kollegin Albers von der Universität Hamburg beschäftigt sich seit langer Zeit wissenschaftlich mit Fragen der Informationsfreiheit und bringt darüber hinaus die Erfahrungen mit dem Transparenzgesetz der Stadt Hamburg, das in gewisser Weise Pate der rheinland-pfälzischen Regelung ist, ein. Frau Katharina Rauer ist Abgeordnete des Landtags und rechtspolitische Sprecherin der Partei Bündnis 90 Die Grünen, der das Thema Transparenz der öffentlichen Verwaltung stets ein besonderes Anliegen gewesen ist. Herr Dr. Rolf Mayer ist als zuständiger Abteilungsleiter im federführenden Innenministerium quasi einer der Väter des Gesetzentwurfes, so nehme ich zumindest an. Und Frau Silva Gäbler wird als Geschäftsführerin der IHK Trier die Sichtweise der Privatwirtschaft einführen, die sich im Vorfeld ja durchaus skeptisch bis kritisch zu dem geplanten Vorhaben geäußert hat. Die Leitung der Podiumsdiskussion liegt in den bewährten Händen von Herrn Dr. Christian Rath, rechtspolitischer Korrespondent für verschiedene Tageszeitungen und Mitglied der Justizpressekonferenz, der die gleiche Aufgabe bereits anlässlich der vom Institut durchgeführten Podiumsdiskussion zum Verhältnis vom Bundesverfassungsgericht und Gesetzgeber im Sommer vergangenen Jahres übernommen hat. Allen Mitwirkenden gilt schon jetzt mein ganz herzlicher Dank. Und nun freue ich mich auf eine interessante Tagung mit spannenden Diskussionen und darf Sie, Frau Ministerpräsidentin, und Sie, Herr Präsident Jeckel, um Ihre Grußworte bitten. Ich freue mich sehr über die Einladung heute. Natürlich ist es ein Herzensanliegen von mir, aber auch dieser Koalition des Transparenzgesetzes auf den Weg zu bringen. Und deshalb freue ich mich sehr, dass Sie zum Mittelpunkt Ihrer Jubiläumsveranstaltung das Transparenzgesetz gemacht haben. Das ist für uns eine große Ehre auch. Und wir sind gespannt auf die Diskussion am heutigen Tag. Bevor ich allerdings in Mediarez gehe, möchte ich gerne natürlich ein paar Sätze sagen zu dem Institut für Rechtspolitik an der Universität Trier. Ich will Sie beglückwünschen für 15 Jahre tolle wissenschaftliche Arbeit, die immer tatsächlich auch Impulsgeber war in unserem Land. Ein Institut, finde ich, das die Chance hat, gesellschaftspolitische Fragen in rechtlichen Rahmenbedingungen miteinander zu besprechen und vielleicht auch zu überdenken, wo muss ich eigentlich recht hinbewegen, um auch noch gesellschaftgerecht bleiben zu können. Das finde ich hochspannend und es ist eigentlich so etwas wie ein Luxus, den sich nur Wissenschaft gönnen darf oder auch muss. Und wir in der Exekutive haben dann die Freiheit und die große Möglichkeit, zu lesen, zu hören, mitzuwirken, was Wissenschaft uns zu sagen hat und diese Gedanken dann möglichst auch in unsere Politik einfließen zu lassen. Und so ist es natürlich besonders schön, dass heute im Mittelpunkt das Transparenzgesetz steht, denn wir sind als Rheinland-Pfälzer das erste Flächenland, das überhaupt sich wagt, ein Transparenzgesetz auf den Weg zu geben. Und deshalb freue ich mich darüber, dass ich ganz kurz in meinem Input ein wenig etwas dazu sagen darf und sagen kann. Ich will ein bisschen was beschreiben. Wir haben schon im Koalitionsvertrag der Landesregierung festgelegt, im Jahr 2011, dass wir das Landesinformationsfreiheitsgesetz und natürlich auch das Landesumweltinformationsgesetz zusammenführen möchten. Das ist immer eine wichtige Feststellung, weil ich auch in dem Gespräch mit Journalisten jetzt wieder festgestellt habe, dass viele Fragen, die sich im Moment aufwerfen, eigentlich schon ein bisschen Routine sind in unserer Landesverwaltung, weil gerade Fragen um den Kernbereich der Exekutive und Ähnliches mussten auch in der Vergangenheit beantwortet werden. Es reichte uns aber nicht, sondern mir war es sehr, sehr wichtig, dass wir darüber hinausgehend ein Gesetz auf den Weg bringen, was den Recht auf Zugang zu amtlichen Informationen erweitert. Also mit anderen Worten vielleicht auch ausgedrückt, die Vorzeichen von Verwaltungshandeln wirklich auch verändern. Bisher haben Bürger und Bürgerinnen die Möglichkeit, diesen Anspruch auf Zugang der Informationen durch einen Antrag geltend zu machen. Und für die Juristen, die wissen es ganz genau, es sind ja viele, viele heute da, bedeutet das in der Praxis natürlich, dass Verwaltung im Grunde einen Verwaltungsakt zu erlassen hat, bis die Frage geklärt ist, gibt es diese Auskunft oder gibt es sie nicht. Das heißt, auch damit verbunden, viel Routine inzwischen, aber auch viel Aufwand. Mit dem Transparenzgesetz wird die Verwaltung nun in die Pflicht genommen, zur aktiven Veröffentlichung von Informationen auf einer elektronischen Plattform, nämlich der Transparenzplattform, stellt die Verwaltung in Zukunft Daten zur Verfügung. Und wir nutzen natürlich auch die Möglichkeit der Digitalisierung, um die Entscheidungen von Politik und Verwaltung nachvollziehbar zu machen. Es geht aber eigentlich noch um viel, viel mehr. Bürger und Bürgerinnen erhalten mit der Transparenzplattform einen schnellen und unkomplizierten Zugang zu Informationen. Dadurch verbessern sich natürlich auch die Möglichkeiten von Bürgern, mitzureden. Und wir sind auch davon überzeugt, dass sich dadurch auch Teilhabechancen erhöhen und damit einen wichtigen Beitrag auch zur Demokratie leisten. Das Transparenzgesetz ist für mich damit auch ein ganz konkreter Schritt, um die Bereitschaft der Rheinland-Pfälzer und Rheinland-Pfälzerinnen zu bürgerschaftlichem, zu demokratiebildendem Engagement zu unterstützen. Die Landesregierung greift damit eine wichtige Empfehlung der Enquete-Kommission auf. Die Vorsitzende der Enquete ist ja auch unter uns, Frau Schellhammer. Auch die Enquete-Kommission ist in ihrem Ergebnis, der Rheinland-Pfälzische Landtag, zum Ergebnis gekommen, dass es wichtig wäre, ein solches Transparenzgesetz auf den Weg zu kommen. Mit ganz schönen, wirklich auch guten Begründungen. Und ich bin sehr froh und dankbar dafür, dass der Landtag zu diesem Ergebnis gekommen ist und wir als Landesregierung auf dem Weg sind, genau diese Anforderungen auch zu erfüllen. Um einige Grundsätze zu nennen noch einmal. Dadurch, dass die Informationen und Daten jetzt gebündelt auf der Transparenzplattform zur Verfügung gestellt werden können, sind sie natürlich ohne Begründung und auch anonym für jeden Bürger und für jede Bürgerin abrufbar. Der Zugang zur Transparenzplattform ist natürlich gebührenfrei und wir haben auch vor, sie mit einer Suchfunktion auszustatten, sodass die gewünschten Daten für die Bürgerin und Bürgerinnen auch sehr schnell und gut abrufbar sind. Es soll darüber hinaus eine Rückmeldefunktion geben, damit die Nutzer und Nutzerinnen auch die Möglichkeit haben, Informationen zu bewerten oder auch Mängel aufzuzeigen und wir wiederum als Verwaltung die Möglichkeit haben, uns auch weiterzuentwickeln. Denn das, was wir tun, ist natürlich Neuland für uns und es wird auch sicherlich so sein, dass es ein lernender Prozess bleiben wird. Die Daten sollen schrittweise in einem Format bereitgestellt werden, das eine Wiederverwendung und auch eine automatisierte Weiterverarbeitung ermöglicht. Das Datenformat soll frei zugänglich sein und anerkannte Standards entsprechen. Auch das ist für uns logisch und sinnvoll. Wir wollen natürlich, dass mit den Daten auch was getan wird und wir wünschen uns beispielsweise, dass junge Start-ups Lust haben, mit unseren Daten auch tolle Apps zu entwickeln oder andere Dinge. Nur das macht Sinn, Daten zur Verfügung zu stellen, mit denen man auch was anfangen kann. Die Nutzung und die Weiterverwendung der Daten für den nicht kommerziellen Gebrauch wollen wir auch weitestgehend gebührenfrei zur Verfügung stellen. Aber es ist auch ganz klar, dass diese Regelung nicht alle Daten betrifft, über die die Verwaltung verfügt. Und für spezielle, aufwendig erhobene Daten, beispielsweise Geodaten, das ist sehr teuer, die entsprechend aufzubereiten, werden wir angesichts der Schuldenbremse und Knabberkassen auch in Zukunft Gebühren erheben müssen. Lassen Sie mich einen Punkt ansprechen, der im Zusammenhang, Herr Raab hat es auch schon angesprochen, mit dem Transparenzgesetz immer wieder angesprochen wird, der aber auch für uns sehr, sehr wichtig ist. Transparenz heißt natürlich nicht gläsern. Es ist ein Unterschied zwischen transparent zu sein und gläsern zu sein. Der Schutz also von personenbezogenen Daten, von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen oder auch die Sicherheitsinteressen des Landes sind Belange, die Ausnahmen zum Transparenzgrundsatz erfordern. Hier ist gegebenenfalls zwischen öffentlichem Informationsinteresse und entgegenstehenden Belangen abzuwägen. Und auch der so häufig diskutierte Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung gehört für mich ganz klar zu den schutzwürdigen Bereichen. Ich will mit dem Transparenzgesetz die Entscheidungen von Politik und Verwaltung für Bürger und Bürgerinnen nachvollziehbar machen. Und ich will dadurch auch einen Kulturwandel herbeiführen und einen neuen Politikstil umsetzen. Aber Politik muss natürlich auch die Möglichkeit haben, im geschützten Raum Überlegungen anzustellen, verschiedene Vorgehensweisen gegeneinander abzuwägen und manches gegebenenfalls auch zu verwerfen. Das ist schon schwierig genug in der heutigen Zeit, weil wir in einer Medienwelt leben, in einer Öffentlichkeitswelt leben, wo ganz viel Information eigentlich schon vor Abschluss dieser Überlegungen einer Öffentlichkeit sind, auf allen möglichen Wegen. Aber es ist schon so, dass es allen, die aktiv sind, politisch verantwortlich sind, ein Kernbereich der politischen Willensbildung einfach auch wichtig ist. Bürgerbeteiligung ist mir ein besonderes Anliegen, uns allen in der Koalition ein besonderes Anliegen. Und deshalb haben wir uns beim Transparenzgesetz vorgenommen, von Anfang an wirklich auch die Teilhabemöglichkeiten der Menschen sozusagen als Musterbeispiel zu gestalten. Daher hatten wir in der Landesregierung beschlossen, dass wir dem Transparenzgesetz, bevor das reguläre Gesetzgebungsverfahren beginnt mit dem Parlament, tatsächlich einen Beteiligungsprozess, ein Beteiligungsverfahren vorzuschalten. Damit sollte die Öffentlichkeit umfassend über die Inhalte des Transparenzgesetzes informiert werden und auch für das Thema sensibilisiert werden. Und selbstverständlich war es uns auch ein Anliegen, die Kompetenz der Bürger und Bürgerinnen und auch besondere Zielgruppen von Anfang an mit einzubeziehen. Und um auch hier Missverständnissen vorzubeugen, es ging nicht darum, die parlamentarischen Beratungen des Rheinland-Pfälzischen Landtags durch ein Beteiligungsverfahren zu ersetzen oder ihnen vorzugreifen. Ich möchte einfach nur Impulse, Hinweise, Empfehlungen aufgreifen und das Gesetzgebungsverfahren dadurch auch bereichern. Lassen Sie mich das Beteiligungsverfahren vielleicht noch mal ganz grob darstellen. Es ist am letzten Montag, hat es geendet. Am 19. Februar hatten wir eine Auftaktveranstaltung. Es war gleichzeitig der Start für die Online-Beteiligung, die jedem Bürger und jeder Bürgerin die Teilnahme ermöglicht hat. Es gab mehrere Themen, Workshops in diesem Zusammenhang, sowie eine Bürgerwerkstatt. Unter verschiedenen Aspekten wurde der Gesetzentwurf entsprechend diskutiert. Und so ging es unter anderem darum, welche Daten auf der Transparenzplattform veröffentlicht werden sollen oder was eigentlich zu den Bereichsausnahmen gehört, ob es überhaupt Bereichsausnahmen geben soll. Auch die Frage, wie man von der Transparenz zur Teilhabe kommen kann, war ein Thema. Ebenso sprachen wir über besonders betroffene Zielgruppen oder mit Ihnen. Dazu gehören auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen der Verwaltung. Wir sind uns bewusst, dass die Umsetzung des Transparenzgesetzes für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Landesverwaltung eine sehr, sehr große Herausforderung ist. Auf der einen Seite sprechen wir von einem Kulturwandel im Verhältnis zwischen Bürgern und Staat. Auf der anderen Seite kann natürlich nicht per Gesetzorder dem Mufti verordnet werden, dass heute eigentlich alles anders ist, sondern man muss in diesem Prozess auch die Menschen mitnehmen. Und an dieser Stelle auch noch mal, weil das ja einer der häufigen Kritikpunkte ist, alles zu teuer, alles eigentlich unnötig, da bin ich schon ziemlich klar als Ministerpräsidentin. Wir leben in einer Zeit der Digitalisierung und es ist schlicht und ergreifend nicht vorstellbar, dass in zehn Jahren eine Verwaltung so arbeitet wie heute. Und wenn Bürger und Bürgerinnen, inzwischen längst alle, 70 Prozent in Rheinland-Pfalz sind online unterwegs, sich längst daran gewöhnen, dass die digitale Welt ihnen neue Chancen bietet, können wir als Verwaltung nicht so tun, als hätten wir mit dieser Welt nichts zu tun. Die Einführung der elektronischen Akte und die Einführung der Transparenzplattform kostet Geld, selbstverständlich, aber es geht gar nicht anders, erst recht nicht in einer Zeit des demografischen Wandels, als dass wir uns als Verwaltung auf den Weg machen, Schritt für Schritt diese Entwicklung mitzugehen und deutlich zu machen, auch wir stellen uns modern auf und wir bieten auch Bürgerservice in der Zukunft, der zeitgemäß ist und eben nicht mittelalterlich ist. Insofern denke ich, ist die ganze Diskussion um diese Frage eigentlich aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar, ich bezeichne es mal so, auch Verwaltung hat die Aufgabe, sich zu reformieren und immer wieder einen Schritt weiter nach vorne zu gehen. Insofern sichere ich auch unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen immer zu, dass wir gemeinsam diesen Prozess gestalten, dass auch keiner Angst haben muss. Natürlich ist es eine Umstellung, irgendwann nicht mehr mit Papier zu arbeiten, sondern alles nur noch über den elektronischen Weg. Wir werden ganz Schritt für Schritt diesen Prozess miteinander gehen. Die Ausschreibung dieser EDV, die erforderlich ist, soll ja Mitte 2016 stattfinden. Das Gesetz soll ja noch hoffentlich in diesem Jahr verabschiedet werden und wir werden ab dem 01.01.2017 dann mit Staatskanzlei im Innenministerium beginnen, auf die elektronische Akte umzustellen, um dann auch Kinderfehler oder was auch immer Anfangsfehler zu bereinigen, damit dann, wenn die Restverwaltung mitgeht, das alles nicht so problematisch wird. Zu den Kommunen vielleicht noch ein Wort. Auch mit den Kommunen haben wir eine eigene Veranstaltung durchgeführt im Rahmen des Beteiligungsverfahrens. Der aktuelle Gesetzentwurf für die Kommunen sieht ja vor, dass die die Möglichkeit haben, ihre Daten freiwillig auf der Transparenzplattform darzustellen. Sie sind nicht gezwungen mitzumachen. Das Beteiligungsverfahren hat allerdings schon gezeigt, dass die Daten der Kommunen natürlich die für die Menschen besonders interessanten Daten sind. Deshalb sind wir entschlossen, im Dialog mit den Kommunen einfach einen Weg zu finden. Wie können wir miteinander auch vielleicht Angebote machen, dass es auch für Kommunen leichter wird, diesen Weg mitzugeben. Da gibt es im Moment keine abgeschlossene Meinung. Es sind Dinge, die wir jetzt sammeln durch das Beteiligungsverfahren. Und das Kabinett wird sich ja dann Anfang Juni mit dem zweiten Entwurf des Transparenzgesetzes befassen, unter Berücksichtigung der entsprechenden Dinge, die im Beteiligungsverfahren genannt worden sind. Ich bin gespannt auf den weiteren Prozess. Ich bin auch gespannt darauf, was Sie heute hier, wie Sie sich heute hier äußern werden. Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Herr Edgar Wagner, ist mit dabei. Er hat das Projekt von Anfang an sehr, sehr engagiert, begleitet, wenn ich es mal so sagen darf, eigene Impulse auch gesetzt und war von Anfang an mit konstruktiv dabei. Und ich will mich auch an der Stelle mal sehr, sehr herzlich bei Ihnen und dem ganzen Team bedanken für diese wertvolle, konstruktive Zusammenarbeit. Wir gehen mit dem Transparenzgesetz sowohl inhaltlich als auch vom Verfahren her absolut neue Wege. Es gab noch gar kein Bundesland, das ein Transparenzgesetz auf den Weg gegeben hat mit einem so umfassenden Beteiligungsverfahren, wie es Rheinland-Pfalz jetzt tut. Darauf sind wir auch stolz. Es soll vielleicht auch Maßstäbe für die Zukunft entwickeln. Auch das müssen wir miteinander besprechen. Denn man muss sich auch klar sein, ein so aufwendiges Beteiligungsverfahren kostet auch sehr viel Men- und Women-Power und sehr, sehr, sehr viel Aufwand. Das heißt, wir werden auch am Ende des Prozesses miteinander besprechen müssen und evaluieren müssen, in welchem Verhältnis steht was. Ich freue mich auf die Diskussion. Ich kann leider nicht hierbleiben und Ihnen zuhören, aber Dr. Meier ist da. Er ist ja der federführende Abteilungsleiter im Innenministerium, der dieses Gesetz sozusagen juristisch betreut, vom Rechtsrahmen her betreut. Und Professor Robbers wird, sobald er den Termin gemacht hat, den er heute Morgen hat, hier sein. Insofern mit unseren Abgeordneten haben wir wirklich geballte landespolitische Kompetenz hier. Wir sind gespannt auf Ihre Tagung. Wir wünschen dem Institut alles Gute weiterhin. Viel Erfolg und herzlichen Dank fürs Zuhören. Der Gedanke, dass man mit wissenschaftlichen Erkenntnissen die Welt verändern kann, mag dem einen oder anderen schon sehr alt erscheinen, aber eigentlich ist er vergleichsweise jung. Und einer der bedeutendsten Vertreter dieser Idee war der Franzose Auguste Comte. Und der hatte die verworrene Idee, dass er irgendwann sozusagen als Priester der Menschheit auftreten könne. Da haben Sie die Analogie zur Kapelle. Und er war noch weiter in seinen Gedanken, denn er glaubte daran, dass er irgendwann einmal die Regentschaft in Notre-Dame übernehmen könne. Nun sind wir hier nicht in Notre-Dame. Und diese Hybris, die Herrn Comte gelegentlich umgeben hat, hat auch das Institut für Rechtspolitik nie umgeben. Aber die Idee ist eben, dass man sich als Forschungsinstitut insbesondere mit den Folgen von Gesetzesvorhaben, auch geplanten Gesetzesvorhaben, mit gesellschaftlichen Implikationen, juristischer Entscheidungen befasst und das gemeinsam mit der rechtspolitischen Fachwelt reflektiert. Das Institut vermeidet in seinen Verlautbarungen den Begriff Think Tank. Aber wer sich so bezeichnen darf und wer nicht, ist ohnehin nicht juristisch geschützt, sondern häufig ein Ergebnis von Zuschreibungen. Ich gratuliere also heute zum 15-jährigen Jubiläum und zugleich zur Wahl des heutigen Themas, weil sich in ihm viele Widersprüche der heutigen Zeit wiederfinden lassen. Aber auch Herausforderungen zum Beispiel für Universitäten, die mit Zivilklauseln konfrontiert werden und alle Herkünfte von Drittmitteln offenlegen sollen. Die Forderung nach mehr Gestaltungseinfluss wird also allenthalben erhoben. Die Umsetzung wird aber häufig erschwert, weil diese Interessen nicht mehr nur einen kooperativen Geist widerspiegeln. Ich muss das so sagen, Frau Ministerpräsidentin, sondern häufig auch partikularistisch, wenn nicht sogar individualisiert daherkommen. Ich will also mit wenigen Worten etwas Allgemeines zu dem Thema Transparenz sagen und nicht konkret auf das heutige Gesetz eingehen. Dazu fehlt mir auch die Kompetenz. Am vergangenen Wochenende wurde berichtet, dass parallel zu der öffentlichen Aufregung, die die neue griechische Regierung durch ihre Ankündigungen und Gespräche ausgelöst hat, geheime Dinnergespräche den eigentlichen Kern des Problems am Leben halten. Quasi zwischen Gabel und Messer, der Ernst der Sache wieder justiert wird. Der Artikel dazu wurde mit folgendem Hinweis eingeleitet. Still und heimlich haben die Gläubiger und Griechenland ein neues Format in die Verhandlungen eingeführt. Es heißt Frankfurt Dinner Group, wenn es in der Öffentlichkeit kracht, wird dort weiter verhandelt. Nun, über das Geheimnis hat Georg Simmel einmal schön gesagt, dass es eines der größten aller geistigen Errungenschaften überhaupt sei. Denn das Geheimnis bietet sozusagen die Möglichkeit, eine zweite Welt zu erhalten oder auch zu offenbaren. Und diese wird von jener, nämlich von der anderen, aufs Stärkste beeinflusst. Ende des 18. Jahrhunderts gab es ein sehr ausgeprägtes parlamentarisches Privileg. Niemand durfte über Inhalte des Parlaments berichten. Und wenn er es tat, wurde unter Bezugnahme auf dieses Privileg ein Straftatbestand hergestellt. Man sieht also, es gibt viele Beispiele, die, was das Verhältnis von Exekutive, Legislative und Öffentlichkeit betrifft, die darauf hinweisen, dass man es in der Vergangenheit sehr stark unter einem Schutzgedanken betrachtet hat, was denn da verhandelt und vorbereitet wird. Aber die Politik kommt ohne diese Parallelwelt, was man heute gerne auch Arkan-Politik nennt, natürlich nicht aus. Darauf weist ja auch der Begleittext zur heutigen Veranstaltung ausdrücklich hin. Und für den Beobachter all dessen, den mehr oder weniger politisch Interessierten, stellt sich natürlich auch die Frage, was denn nun eigentlich wirklich, in Anführungszeichen, ist. Dazu eine interessante Begebenheit, die ich für sehr aufschlussreich halte, insbesondere im Hinblick auf die jüngere Generation. Es gibt zur Zeit, oder einiger Zeit, ein neues Sendungsformat auf Sat.1 mit dem Titel Newtopia. Dieses Format dient dazu, in irgendeiner Form unter Einschluss von Kandidaten das Bild einer idealen Gesellschaft zu entwickeln. Nun ausgelöst wurde durch folgendes Ereignis ein Streit über diese Sendung. Es war vor kurzem durch eine versehentlich nicht abgeschaltete Kamera zu sehen, wie Mitarbeiter der Produktionsfirma mit den Kandidaten absprachen, was sie tun könnten, um das sinkende Interesse an der Show wieder zu steigern. Alles Lüge war die erste Reaktion aus dem Publikum, was sozusagen die Authentizität der Sendung angeht. Und die anderen haben natürlich gleich zurückgerufen, was habt ihr denn gedacht? Und wollten damit auf den Inszenierungscharakter aus solcher Formate hinweisen. Ich möchte hinzufügen, Utopia heißt ja nun einmal ohne Ort. Das Einzige, was man zu einer idealen Gesellschaft verlässlich sagen kann, ist, dass man ständig nach ihr sucht. Eine Schlussfolgerung aber aus diesem etwas seltsamen Mysterium lautete folgendermaßen. Viel spricht dafür, dass jungen Zuschauern heute im Zweifel die genauen Grenzen zwischen Fiktion und Dokumentation nicht so wichtig sind, solange sie nicht bewusst angelogen werden. Und meistens ist die Realität der Fiktion ja weitaus angenehmer und unaufdringlicher. Nun, bevor ich jetzt ins Philosophieren komme, ich habe ja auch nicht so viel Zeit, will ich natürlich einräumen, dass ein Transparenzgesetz nicht nur die Beteiligung stärken will, sondern den Einblick in eine Vielzahl von Unterlagen ermöglichen soll. Das kann einen sehr, sehr praktischen Nutzen haben. Als ich am vergangenen Mittwoch einen Kollegen traf, der mir einen größeren Antrag zum Thema Partizipation und Ungleichheit erläuterte, fragte ich ihn bei dieser Gelegenheit, was er denn von dem geplanten Transparenzgesetz halte. Er verwies auf ein ernüchterndes Phänomen, das man im Sinne von the more, the more, trotz des viel gepriesenen Mitmachzeitalters, in dem wir leben, immer noch interpretieren könne. Also, dass man auch mit einer solchen Maßnahme vor allen Dingen jene Personen erreicht, die auch vorher schon stark in politische Prozesse involviert waren. Zum anderen gibt es natürlich viele Versuche, die Beteiligung zu steigern und sie gelingt in der Regel insbesondere dort, wo es ein sehr, sehr unmittelbares Interesse der Personen bzw. der Bevölkerung gibt, also Bebauungsvorhaben, Umgehungsstraßen usw. Aber im Ergebnis muss jeder, der öffnen will, auch einkalkulieren, dass jemand da sein muss, der sich mit allem, was da eingebracht wird, auch in angemessener Form befasst. Und einer der Klassiker der Sozialwissenschaften, Daniel Bell, 1973, hat in diesem Klassiker, die nachindustrielle Gesellschaft, eine schöne Unterscheidung aufgemacht. Er hat gesagt, die Industriegesellschaft war eine Gesellschaft, die ein Spiel gegen die Natur praktiziert hat. Es ging sozusagen um die Schaffung von Rohstoffen, um die Beseitigung einer bestimmten Form von Knappheit. In der Informationsgesellschaft aber geht es um ein ganz anderes Spiel. Hier heißt das Spiel ein Spiel zwischen Personen, weil ein wachsendes Bedürfnis nach Partizipation eben auch zur Folge hat, dass man mehr aushandeln muss und mehr dafür sorgen muss, wie diese Beteiligung in einer aus Perspektive der Beteiligten angemessenen Form gelingen kann. Und ein schöner Satz aus diesem Klassiker, 1973, Herr Wagner, so löst das erhöhte Mitspracherecht paradoxerweise meist nur das Gefühl einer größeren Frustration aus. Vor fast 50 Jahren jetzt geschrieben. Nun, meine Damen und Herren, die heutige Veranstaltung wird auch diesen Punkt thematisieren, gerade wenn es um Informations- und Geheimhaltungsinteressen geht. Und wer Geheimnisträger ist, der wird vermehrt Konflikte mit sich und seiner Umwelt aushalten und austragen müssen. Und als gestern berichtet wurde, dass Geheimdienste jetzt mittlerweile ja auch einen Tag der offenen Tür machen, das hat doch was, Frau Ministerpräsidentin. Allen, die diese Veranstaltung vorbereitet und möglich gemacht haben, danke ich an dieser Stelle ausdrücklich dem Institut, wünsche ich eine gute Zukunft. Herzlichen Dank. Applaus 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 Applaus